Ich habe auf jeden Fall erstmal ein paar Tests gemacht, viel zeichnen, viel anklicken. Es ist glaube ich auch rausgekommen, dass ich jetzt kein Wunderkind oder superintelligent bin oder irgendwie sowas. Also ein Highlight war auf jeden Fall während des Interviews, dass sie mich auf eine Sache angesprochen hat, die in mir vorgeht, wo ich echt beeindruckt war, dass sie das so gelesen hat und auf jeden Fall das Endergebnis quasi, was da rausgekommen ist. Weil es tatsächlich das war, was ich mich schon lange gewünscht oder vorgestellt habe, aber mich nie so wirklich getraut habe oder nie den Mut dazu hatte, das irgendwie zu verwirklichen und mich das jetzt auf jeden Fall nochmal bekräftigt, das auf jeden Fall durchzuziehen. Also ich werde auf jeden Fall meinen Weg gehen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil ich erstmal einen Plan machen muss und das auch ein Teil des Ergebnisses war. Aber den Weg werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Kompetent, erfolgsorientiert und professionell. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, um herzukommen und das Gespräch zu suchen, auf jeden Fall.